So, ich mach mal die Aufnahme an. Du hast wahrscheinlich den Stream schon angeschmissen. Yes, Sir. Grünes Team. Ah, da ist der Scheibenwichter wieder. Sterlenstoppe! Nein! Ja, doch! Ja! Nein! Ja! Hallo! Let me in! Let me in! Nein! Let me in! Was ist das denn da? Ein Slime auf nem Kaninchen? Ein Kaninchen, ja. Warte, warte! Ich muss mich fangen und gucken, ob es danach noch den Schleim hat. Scheiße. Tut mir leid. Ach, das ist das Partygirl. Stimmt ja. Hier die Rocks. Oh, da können wir auch die Frisur ändern. Stimmt. Geschäft, was hat die denn? Das ist doch gar nicht das Partygirl. Team Haarfarbemittel, Zeit Haarfarbemittel. Tiefen, was? Ja, pass auf, wenn du dir jetzt die Zeit Haarfarbe nimmst und ziehst die drauf. Ja. Sag, ich zeig dir das mal. Dann musst du aber deinen Helm abnehmen. Sonst sehniert. Sonst will ich sein, ja. Ach so, so. Jetzt hab ich diese Haarfarbe. Ja. Es ist Nacht, deswegen hab ich jetzt wieder ne Haare. Ja. Am Tag wird hab ich dann gelbe Haare oder so. Ah, okay. Siehst du an deinen Haaren? So. So, I don't kniet. Was ist das denn? Timmy will dich als offiziellen. Ja. Nein, erstmal nicht. Ich wollte erst mal Sachen kaufen. Heilen. Na, Alex? Jetzt kennst du das Pass. Ja, ja, ja. Das ist meiner Gebäude. Ja, da komm ich ja auch nicht hin. Aber hier hab ich noch einen. Der Himmel mag mich. Ja. Noch einen. Ja. Oh, ich hab glaub ich meine Leertaste gerade vergewaltigt. Warte mal. Musst du wieder reinsetzen, ja? So quasi, ja. Okay, klar. So. Ja, Alex hat schon angedroht. Er kommt uns jetzt raiden. Alles klar. Unser Endequip. Was haben wir denn hier? Steuereintreiberanzug. Ja. Boah, ich glaube. Was kostet das? Drei... Ne, drei Gold? Was? Was hast du denn für einen Schuss weg, ey? Drei Gold. Hilfe schließen, herstellen. Was kann der denn herstellen? Das ist quasi eine Werkbank als Charakter. Ah, okay. Und jetzt, wir gehen zum Big Boom. Geschäft. Ja! Geh weg! Ja! Du weißt schon, dass es irgendwann Max-Mana gibt, ne? Ich sag's nochmal. Ist egal. Ich möchte trotzdem weiterhin suchten, die Sterne. So, jetzt müssten wir bitte mal anfangen, ein Lager zu bauen. Weil wir haben drüben, glaube ich, noch was stehen. Und wir haben so viele Kisten, die schön sind. Ich hab alles rübergeholt. Okay, dann haben wir trotzdem so viele Kisten, die schön sind, weil die paar Kackbraunen da, die mag ich nicht. Wir können die auch später anmalen, wenn der Maler da ist. Ähm... Ich find Gold-Fancy halt, ne? Ja, aber Gold-Kisten kann man nicht craften. Kannst du nur suchen und find diesen. So, okay, warte. Ich mach mal meine coole Excel-Liste auf. Terraria-Lagerliste. Oh, ich hab mich irgendwie verschluckt an nichts. Läuft mir ne Aufnahme überhaupt? Läuft deine Aufnahme überhaupt? So. Alles cool, ja? Heute ist wieder ein gut geplanter Tag. Was ist das denn? Das ist doch kein normales Auge. Wir brauchen 134 Kisten. Was? Was? Ja, Alter, weißt du, wie viele Ärzte da noch kommen? Oh, wie viele Ärzte das war? Ach, was laber ich. Guck mal. Ich denke mit. Ich hab einen, äh, Vogel aus dem Himmel geschlagen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt was dafür konnte. Pilz. Jawohl. Warte. Ja, wie gesagt, ich würde halt die fancy Kisten dann gerne für was verwenden. Wow, hier ist ein Zombie im Superheldenkostüm. Ähm, was irgendwie wertvoll ist. Schrägstrich, Fragezeichen. Ja, also tatsächlich machen wir, weil es halt am Ende, also sonst fängst du halt immer wieder das Lager neu anzubauen. Wir machen halt für jedes Holz zum Beispiel eine Kiste. Wir machen für jede Steinart eine Kiste, für jedes Erz. Allein für die Accessoires haben wir, glaube ich, sechs Kisten oder so immer. Einfach weil, irgendwann müllt es dich so richtig an. Da liegt ein Stern, da liegt ein Stern. Meins. Du hast gar nicht so zu geiern. Oh ja, Kürbis. Ja, ein Auge ist klatschig. Ich bin das Salz in deiner Suppe. Ich bin das Kölnchen in deinem Auge, Alter. Komm her. Bam, Schäkel. Komm bei mich bei, verstehst du? Was hat der da an? Ich weiß nicht. Ach, Karneval, ja. Was ist das denn jetzt? Karneval, Halloween meint ihr bestimmt, oder? Halloween, äh, äh, ich. Ich weiß nicht, was mein Kater, mein Kater tut gerade, was das verdammt ist. Was ist das denn, was den Spring-Chuck da macht? Ich weiß nicht, nachdem mir irgendeine Codes eingeblendet ist. Was war das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ähm. Wo ist mein Cursor? Ähm. Ich sehe meinen Cursor nicht mehr. Das ist, ich sehe meinen Cursor nicht mehr. Oh, ja, hallo. Oh, ja! Mein Cursor nicht mehr. Alter, Kater, was hast du gedrückt? Wo ist meine Maus? Keine Maus, äh, irgendwo. So kann ich nicht arbeiten. Das ist ja gar nicht, welche Blücke ich jetzt abbaue. Oh, cool! Ich, äh... Ah, ja, okay. Ich weiß zumindest, was er gedrückt hat. Okay. Du kommst eine Taste, die macht den Screenshot-Bodus an, dann wird dann Inventar und Leben das andere ausgebildet. Okay. Perstand, die Bus. Wow! Das sind die Lichter, die ich versuche, das stimmt. Zeige. Kameramode, ist es da? Boah Junge, hier gibt es aber viele Feinde, hier kann man sich ordentlich Schäkel verdienen, wenn man halbwegs ausgestattet ist. Ja. Das ist der Grund, warum es hier keine Level gibt. Okay. Ähm. Oh. Okay. Das war eine wunderschöne Wohnung. Okay. Ähm. Bis nach rechts hatte ich auch komplett verpasst. Was sagst du? Nach rechts hatte ich auch komplett verpasst. Ja, du sagtest es gestern zumindest. Ja. So, ich muss nochmal auf die Erde ebnen. Ich bin ja entfernt von vernünftiger Laufgegend. Wenn ich gerade abgeschlachtet werde und versuche wegzulaufen und nicht durch die Terrain geblockt werde. Durch den Terrain. Durch das Terrain, Terraria. Boah, hier sind aber auch viele Feinde. Junge, 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 ey. In dem roten Gebiet, naja, das ist das böse Element.